Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan von Smartesheim und in diesem vierten Video geht es darum, wie ich von extern auf mein Home Assistant komme per SSH, wie ich den Home Assistant Community Store installiere und eben anschließend eine sehr, sehr smarte Backup-Lösung entwickle. Ja, hi Patrick, erstmal nochmal. Danke, dass wir nochmal zusammengefunden haben. Du nützt das System ja jetzt schon mal zwei Wochen, würde ich sagen. Ja, etwa, ne? Zwei Wochen. Funktioniert ganz gut. Und jetzt wollen wir uns heute ein Thema annehmen, was extrem wichtig ist, nämlich das Thema Sicherung. Es gibt da was Eingebautes von Home Assistant Direct, das gucken wir uns als erstes an. Und es ist dann danach ein anderes Tool an, was Auto-Backup heißt. Ja, ich denke, da können wir uns direkt mit einsteigen. Ja, da hat man alles automatisiert, außer die Sicherung. Ja, aber das gehört ja auch dazu. Wir hatten das letzte Mal über Node-RED gesprochen. Du kannst selbst in Node-RED quasi Sicherung erstellen für dich selber. Also das hat ja auch was mit Automatisierung zu tun. Und zwar gehst du dazu einmal auf den Supervisor, die sogenannten Snapshots. Das ist quasi das integrierte Sicherheitssystem von Home Assistant. Und hier kannst du eben einen Namen definieren, definierst dann einen Full-Snapshot oder eben einen Partitial, also einen teilweise Snapshot. Du kannst das Ganze dann noch mit einem Passwort versehen. Und sobald du auf Create drückst, fängt der an, diese Sicherung zu erstellen. Wie gesagt, der Nachteil an diesen Snapshots ist, du musst die manuell erstellen. Und da gibt es eigentlich eine schöne Alternative, die nennt sich eben Auto-Backup. Wenn wir jetzt aber in diesen Add-on-Store gehen und nach Auto-Backup suchen, werden wir da nichts finden. Das hat folgenden Hintergrund. Es gibt ja einen, ich sage mal, offiziellen Add-on-Store von Home Assistant. Wenn man in diesen Add-on-Store möchte, sind das aber, ich sage mal, sehr hohe Aufnahmekriterien, bis man da in diesen Add-on-Store kommt. Und viele Entwickler scheuen diesen Aufwand. Und aus dem Grund hat man sich irgendwann dazu entschieden, einen sogenannten Community-Store aufzumachen. Und das wollen wir uns als erstes angucken, wie wir diesen Hacks installieren können. Ich würde vorschlagen, wir machen einen neuen Reiter auf. Wenn du hier auf Installation klickst, dann zeigt er dir an, was du für dieses Hacks benötigst. GitHub-Account, den müssen wir uns zusammen gleich anlegen. GitHub ist eine Quellcode-Verwaltung im Internet, eine Open-Source-Quellcode-Verwaltung. Hacks greift eben auf diese Repositories zu, also auf die einzelnen Quellcode-Verwaltungen, und kann die dann eben abrufen und bei uns im Frontend anzeigen. Und die Kommunikation läuft eben über eine Entwicklungsschnittstelle. Und dafür brauchen wir eben gleich diesen GitHub-Account. Das heißt, wir müssen uns da gleich einmal registrieren, wenn nicht schon passiert. Dann gehen wir mal in den Bereich der Installation als nächstes. Um das auszuführen, steht auch schon, was wir machen sollen. Wir müssen nämlich erst noch ein weiteres Add-on installieren. Gehen einmal in den Add-on-Store. Terminal und SSH hat den großen Vorteil, dass ich eben über den Web-Browser selber quasi das Terminal bedienen kann. Das kann ich auch. Ja, dann haben wir wenigstens den Terminal schon mal links im Zugriff. Korrekt. Okay, Patrick. Dann wollen wir jetzt hier in der Konfiguration unseren Username und Passwort hinterlegen. Beziehungsweise hier fangen wir halt an und geben nur ein Passwort ein, weil der Username ist mit root, also R-O-O-T, fest vordefiniert. Genau. Und wir jetzt einmal Installation. So, das war es schon. Jetzt ist es wichtig, im aktuellen Zustand, im Januar 2021, wir müssen einmal den Browser-Cass löschen. Was wir als nächstes machen ist, wir wollen jetzt also eine Integration hinzufügen. Und deswegen gehen wir jetzt in dem Fall auch nochmal auf Einstellungen. Ja. Sagen Integration hinzufügen. Ja. Und sagen jetzt unten rechts ein Plus. Mhm. Und sagen jetzt, was wollen wir in Zugung und suchen jetzt mal nach Hacks. Da sind wir schon. Ja. So, jetzt hat er gesagt, bevor du das weitermachst, ist das quasi so eine Abfrage, bist du dir wirklich sicher, was du da machst? Bestätigen das Ganze mit Absenden. Ja. Und du musst jetzt quasi Home Assistant erlauben, dass der eben über GitHub eine Kommunikation über eine API aufnimmt. Dazu hatten wir uns Gott sei Dank glücklicherweise vorhin schon mal angemeldet. Ja. Und hier muss man einmal den Code quasi eintippen. Ah ja. Perfekt. Genau. Ah. So, und jetzt sagt man eben, alles klar, Home Assistant und, also Hacks in Home Assistant möchte sich eben über GitHub verbinden. Und dann sagst du, ja, das möchte ich gerne haben. Und kannst jetzt sagen, alles klar, gut, meine Hacks-Integration ist fertig, ich bestätige das Ganze mit fertig. Dann siehst du im Endeffekt schon, alles klar, wir sind schon im Home Assistant Community Store und wir können jetzt hier sogar schon anfangen. Aber wir sehen in der Informationszeile, Hacks is starting up. Das heißt, das kann jetzt bis zu einer Stunde dauern, bis der alle Informationen sich gezogen hat. Wir versuchen mal, weil wir einfach keinen Bock haben, so lange zu warten, mal unten rechts Add Explore und Add Repositories. Das heißt, wir versuchen mal von Hand zu sagen, was möchten wir denn machen. Du kannst auch mal suchen nach Auto-Backup. Ja. Ja, perfekt. Das heißt, du kannst da schon mal auf Auto-Backup klicken. Ja. Und sagen, okay, wir möchten jetzt dieses Repository in Hacks bereitstellen. Jawohl. Eben, ja, mit der Version, immer mit der letzten Beta-Version würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen. Nein. Sagen, installieren. Und das ist eben das Schöne, was ich eingangs sagte. Du hast jetzt ein Frontend, mit dem du hier arbeiten kannst, ja. Du musst hier sonst, würdest du jetzt auf GitHub gehen, du würdest eine URL aufsuchen, du müsstest dann eine ZIP-Datei runterladen, dann müsstest du in einem bestimmten Verfahren auf Home Assistant zugreifen, du müsstest die ZIP-Datei entpacken, quasi installieren auf Home Assistant, per Web oder so schieben, ja. Und das musst du hier alles nicht machen. Du kannst quasi, ja, per Klick und Klack kannst du durch das System huschen. So, jetzt heißt, wir haben jetzt hier ein Repository hinzugefügt. Wie hier steht, ist, bitte neu starten. Also, wieder Home Assistant einmal neu starten. Du siehst jetzt hier im Bereich des Reiter Auto Backup, jetzt hier gibt es nichts, was da heißt, irgendwie Install oder Configuration oder ähnliches, ja. Das ist ein Zeichen dafür, dass du Auto Backup in unserer Configuration.yaml-Datei konfigurieren musst. Das machen wir am einfachsten über unseren File Editor, den wir installiert haben beim letzten Mal. Wir müssen einmal sicherstellen, dass der File, genau, der File Editor eben entsprechend auf unser Configuration.yaml steht. Genau. Und hier wollen wir eine neue Einrichtung machen. Diese Zeile sagt uns also, dass der eben automatisch alte Sicherungen verwerfen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wann soll er sie denn verwerfen? Das kann ich mit einem Parameter machen und dieser Parameter nennt sich Keep Days. Und jetzt kann ich die Anzahl an Tagen definieren, wie lange diese Backups aufbewahrt werden. Also zum Beispiel 30 Tage. Ganz genau. Immer wenn wir Änderungen an dieser YAML in der Konfigurationsdatei gemacht haben, müssen wir einmal Home Assistant neu starten, damit er quasi die frische Konfiguration reinlädt. Das heißt, wir gehen wieder unter Einstellungen. Wieder unter Serversteuerung. Jetzt extrem wichtig, einmal auf das Knöpfe drücken. Alles ist in Ordnung. Und einmal den Server neu starten. Wenn Home Assistant neu gestartet ist, bauen wir Automationen. Automationen haben wir letztes Mal schon gelernt. Machen wir in unserem Fall mit Node-RED. Wir können auch einen neuen Flow, also einen neuen Reiter erstellen. Das heißt, oben rechts hast du einen Plus. Exakt. Und das nennen wir vielleicht mal Sicherung. Und fertig. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was triggert eigentlich unsere Sicherung. Okay. Das heißt, wenn wir einen Zeitaspekt haben wollen, haben wir letztes Mal schon über die Inject Nodes gesprochen. Und dieser Eject Node kann ja exakt nicht nur manuell ausgelöst werden, sondern der kann eben auch über auf dem Timestamp ausgelöst werden. Und das machen wir uns jetzt mal zu Nutzen. Klicken da ruhig gerne doppelt mal einmal auf den Timestamp drauf. Und können jetzt hier ganz unten bei Wiederholen sagen, der soll zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst werden. Und hier können wir jetzt definieren, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit soll quasi der Trigger ausgelöst werden. Also wann soll was passieren, der Push quasi gemacht werden. Ich habe das mich angewohnt, im Namen dann auch immer zu schreiben 23 Uhr. Dann weiß man eben von der Optik her aus. Das heißt, dieser Trigger löst eben aus. Und jetzt muss der ja was machen. So, jetzt kannst du einen Call Service nutzen. Das heißt, er führt jetzt eben einen Befehl durch. Klicken wir doppelt drauf. Und der Call Service hier lautet in der Domäne Auto Backup. Das steht sogar interessanterweise irgendwo. Als Service, wenn du da mal reinklickst, siehst du schon, und zwar hast du drei Möglichkeiten. Ich kann einmal ein vollständiges Backup machen. Ich kann ein teilweise Backup machen. Und ich kann quasi einen Serviceaufruf machen, dass der alle veralteten Backups löscht. Und muss ich nicht machen. Dieser Befehl purge ist halt integriert auch in Full und Partitial Backup. Wir machen jetzt volle Backups. Und dann können wir in der Data, können wir ihm noch sagen, wie soll denn jetzt eben dieses Backup heißen. Hier siehst du zum Beispiel Example. Und dieses Example würde ich auch gerne eins zu eins koppeln. Jawohl. Und dann gehen wir in die Data und sagen, genau, und gehen nochmal auf die zwei Punkte dahinter. Und das Ganze ist ja quasi der Input für den Parameter Name. Das heißt, ganz am Anfang muss einmal Anführungszeichen Name, Anführungszeichen und Doppelpunkt stehen. Perfekt. Dann wichtig natürlich den Link zu ziehen, von links nach rechts, um dass die Dinger verknüpft sind. Und wichtig, immer sichern das Ganze, also speichern. Und das heißt ja hier deployen. Exakt. Und jetzt können wir das direkt einmal testen, indem wir eben vorne die Sicherung einmal ausführen. Das Ganze wunderbar. Und jetzt hat er halt im Hintergrund die Sicherung gestartet. Und dadurch, dass du ja noch relativ wenig in deinem System hast, kannst du jetzt mal in die Snapshots gehen des Systems. Und du siehst, er hat schon ein Automatic Backup erstellt. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt im ersten Schritt ein Add-on, das heißt SSH, installiert, damit wir überhaupt von externen Zugriff auf das System haben für, ich sage mal, Notfälle. Aber wir haben das in dem Fall auch mal genutzt, um eben über ein Terminal darauf ein Package zu installieren. Das Package heißt Hux. Über Hux haben wir jetzt eben Zugriff auf diverseste Integration, die die Community bereitgestellt hat. Das heißt nicht ungetestet, aber eben nicht mit den harten Richtlinien, die vom Hersteller selber kommen. Innerhalb des Hux haben wir dann über Integration uns eben ein Repository dazugezüttet, das heißt Auto Backup. Und haben dann hier in der Configuration YAML-Datei haben wir das Ding konfiguriert. Und in letzter Instanz haben wir eben Node-RED gesagt, führe diese Sicherung, diesen Befehl bitte wöchentlich aus, sonntags und mach das Ganze. Ja, das war jetzt auch schon der vierte Teil der Reihe Schritt für Schritt Einstieg in Home Assistant. Und in dem nächsten fünften Teil geht es darum, wie ich von außerhalb meines Netzes, also von unterwegs mit meinem Handy, auf meine Smart Home Instanz zugreifen kann. Das Ganze abgesichert mit einem SSL-Zertifikat, mit einer dünnen DNS-Adresse. Bleibt mir gewogen, guckt euch das folgende Video an, abonniert den Kanal, gebt mir den Daumen hoch. Bis bald, ciao.